Ein Panzer oder sowas, ey. Ich kann nicht springen... Hallo! Und herzlich willkommen zu einem neuen Spielmodus auf dem GOMMA-Server. Und zwar heißt er Shopping Chaos. Das ist auch unsere erste Runde, die wir überhaupt spielen. Deswegen werden gleich Archive mitkommen. Ach, statt übrigens gestern das Archer Archive mitgeschafft, ne? Okay, wir müssen dem eine... Redstone. Dings da machen. Ja, such das mal raus. Welches ist das? Redstone-Verstecker oder Kompensator? Hat er zwei oder drei Dinger? Zwei. Ja, das... Bau das mal. Ich warte auf was anderem. Kommt hier noch jemand? Da kommt einer, da kommt einer. Mit Stick und Redstone. Komm, das noch 27 Sekunden. Du musst Steine braten, du musst Steine braten. Tu Steine da rein. Kohle. Stein. Du hast nur 16 Sekunden... Nein, der wird abhauen. Du hast glaube ich... Ja, wenn wir das nochmal brauchen. Klar nicht. Einer haut schon ab, kann ich dich mal hallo? Komm doch her. Ich kann dich auch bedienen, wir sind zu zweit. Wir sind übrigens Team Rot. Er ist weg. Einen Kaktus will der haben. Ach, ein Kaktus sei der Dings hier. Was? Eine Melone. Eine Melone mit Gold. So Gold. Ich glaube das geht so. Kann man nicht schon sehen, was der andere will denn? Ich glaube so eine goldene Melone geht so. Mit Dings. Coins. Ja. So. Ja. Perfekt. Guck mal hier. Lecker, lecker. Eine goldene Hacke. Äh, ich brauche nur Holz. Ach, Holz hier. Hast du auch einen Stick? Zwei Sticks sogar. Hier. So. Zack. Hier. Ich schieb mit in Eile. So eine Schiene mit einem silbernen Teil in der Mitte. Eisen. Und Stufen. Ich kann die Stufen machen schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieso? Okay, dann brauchst du noch einen Redstone. Hast du einen Redstone? Ich hab einen Redstone, ja. Okay, dann bau das. Hast du Zeit genug? Wie bau... Wie... Wo kommen die Stufen hin nochmal? In der Mitte. Eine Stufe. Was sind da für Stufen? Steinstufe. Ah, okay, so. Ich hätte das gerade andersrum gehabt. So. Ein Redstone da, eine Stufe da, aber andersrum. Wir sind aber auf jeden Fall zweit. Die Stufe ist falsch. Die Stufe ist falsch. Ah, ist eine andere Stufe. Das ist eine Steinstufe. Mach mal Bruchstein. Ich hab den ganzen Bruchstein. Das ist ein Bruchstein wahrscheinlich. Nein, das ist eine Steinstufe. Ah, das ist wahrscheinlich ein Stein... Mach einen Block. Mach einen Steinblock. Ich versuch das so. Mach Steinblock, Mann, das ist ein Steinblock. Der wird eh jetzt gehen. Du hast noch 10 Sekunden. Nein, das ist alles falsch. Unfreundlich. Habe ich bekommen. Das ist falsch. Ich auch. Das ist keine Stufe. Die, ich schwöre. Hörst du das? Das hörst du wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich hab das wahrscheinlich nicht. Brauchst du auch nicht hören, ey. Reicht schon, wenn ich hier die Dinger höre. Eine Schere. Kann ich machen. Hab schon, hab schon, hab schon eine Schere. Wir müssen uns beeilen. Was ist das? So ein Tageslichtteil. Wie geht das? Ich weiß das. Tageslicht, Tageslicht. Ich muss die Sicherheit noch gucken hier. Wo ist das Tageslichtding? Quarz und Glas. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Holzstufen. Wie werden das mal eins rein? Ich hab das schon in Ordnung. Warte, wir waren noch Dings. Quarz hast du schon? Nein, das heißt nicht. Quarz und Glas brauch ich nur noch. Ich weiß nicht, wie viel Quarz er braucht. Das ist ja hier. Drei. Drei Quarz und drei Glas. Und noch Holzstufe. Ich hab schon. Achso, okay. Und noch das Glas. Ja, das Glas ist grad hier noch am Dings. Der ist schon weg, ey. Der hat drei Sekunden noch. Einen Sekunden. Oh, toll. Aber ich mach den. Ah, ein Trichter, ein Trichter, ein Trichter. Kriege ich hin. Nicht Trichter, ähm, Kessel. So, guck mal hier. Wir kriegen das nicht was hin, ey. Eine Antriebsschiene. Braucht man Gold. Wir brauchen auf jeden Fall Gold. Wo ist die Schiene? Hier die. Gold, Stick und Redstone. Ich hab das alles. Schon. Okay, dann bau das. Sag mir, wie das angeordnet werden wird. Ähm. Gold an den Seiten. In der Mitte ein Stick und unten drunter kommt ein Redstone. Oben in der Mitte kommt nichts. Gold an den Seiten. Ja, Junge. Ein Bett. Ja komm, das kannst du wohl selber machen, ne? Wo ist Wolle? Ah, muss ich noch craften, okay. Boah, ich weiß gar nicht, wie manche das richtig schnell können, ne? Äh, hier. So. Zack. Zack. Ja, die kennen die crafting Rezepte viel besser. Ich nicht. Jetzt kommt die Steinstufe. Hast du noch? Ich hab' schon. Ich hab' schon. Der will ne, der will ne Platte haben. Stein Druckplatte. Warte. Ach so, das ist ne Druckplatte. Ich hab' kein Stein. Oh. Oh. Ne, der muss halt hier durch. Nein, mein Gott. Ich hab' das Stein gesucht. Ich hab' das Stein gesucht. Ich hab' auf jeden Fall schon mal. Wir sind auf dem zweiten Platz. Das ist schon mal gedrückt. Also auf Waffenzeitenkunde. Jetzt nicht mehr. Ich hab' überhaupt gar nicht. Nicht mehr. Guck mal, hier ist nicht Nilo. Nein, das ist nicht Nilo. Wer sein kann. Überall fühlen immer diese logischen Blablabla Typen. Du brauchst nur zwei Stück, ne? Ja. Ich muss aber erst mal noch zwei kriegen. Oh. Oh. Ja, hier. Heul rum. Noch eine. Die mach' ich jetzt. Hast du noch einen Stein? Nein. Ich brauch' zwei. Oh mein Gott. Man hat denn nur eine daraus bekommen. Ich hab' gedacht, du hättest vielleicht noch einen Stein übrig. So. Komm her. Okay. Oh Gott, ein TNT-Card. Da brauch' ich auf jeden Fall ein TNT für. Ich brauch' das TNT schon mal bauen. Ich brauch' das TNT schon mal. Ich brauch' das TNT schon mal. Wo ist das Dings? Hier. Machen wir. Sand und, äh, Gunpowder. Ich weiß nicht, wie's angeordnet wird. Wird's so angeordnet oder andersrum? Äh, andersrum. Okay. Gib mir das rein. Ich hab' das Kart schon. Warte doch mal. So. Komm, mach das. Dann sind wir wieder um den zweiten Platz. Ja. Ne Schiere. Okay, hab' ich. Okay, jetzt. Ein Bücherregal. Ich hab' Holz. Ich brauch' nur Bücher. Die müssen wir wahrscheinlich craften. Leder. Eins, zwei, drei. Ach, was mach' ich denn? Werfen wir alles rein? Eins, zwei, drei, fünf, 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 vier. Ah, ich brauch' ich nur, ne, ne? Du hast mich nicht reingeschmissen, Mann. Du hast mich nicht reingeschmissen, Mann. Wirf' mir Leder rein. Ach, schon mal zwei Bücher. Ich brauch' noch, zuvor auch einen. Ich brauch' noch ein Leder. Ja, hier. Ich würde eigentlich noch das Buch machen. Ich habe mir schon zwei Bücher gemacht, aber ich habe es drei gemacht. Ach, was mache ich denn? Ist das auch da? Ist das die Riese oder was? Ja. Nochmal eine Mö... Links. Melone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Wir sind erster Platz. Jetzt nicht mehr. Eine Fackel. Okay, die mache ich. Kann schon. Ich habe schon. Okay, okay, dann mal rein. Nein! Wir sind erster Platz. Hier, die Fackel. Eine Angel. Eine Angel mache ich. Ich habe schon Fäden. Ich brauche nur... Werf mir Steaks rein, wenn du wirklich hast. Ich habe nur zwei. Aber ich kann welche machen. Ja. Noch ein Steak. Ja. Ja. Oh, wir sind gleich. Oh, dass ich das rein shiften kann. Einen Bogen. Den kann ich machen. Ich habe alles schon. Okay, dann mach. Zack. Einen Brot? Brot kann ich nicht machen. Wir brauchen Weizen. Ich habe Weizen. Okay, dann mach. Oh Gott. Oh Gott. Ich finde nur doof, dass hier kein Timer irgendwie ist. Eine Quatschstufe. Ja, mach du das doch direkt alles hier. Geh weg. So, hier. Quatschstufe. Glas, lass mich das machen. Haben wir Glas? Wir brauchen Glas. Ich hatte eben Glas da drin. Warte, ist schon fertig gebrannt? Du hast das in der Meta wahrscheinlich, ne? Nein. Muss aber sein. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur Glas. Ich habe nur Leder. Wo ist das Leder? Hier, ich habe Leder. So, komm. Hier, Buch. Melone. Mach du. Ja. Wir haben einen richtig guten Vorsprung. Ja. Kann sein. Aber wenn man nicht schon sehen könnte, was der andere will. Ja. Noch mal eine Flasche. Hast du noch Glas? Nein. Dann tu das rein. Sand. Ja, ich habe keinen Sand. Habe ich dir eben schon gesagt. Ah, ich habe den Sand. Ja, habe ich dir eben schon gesagt, dass du ein Sandinventar hast. Ganz ruhig. Wir haben noch zwei Punkte Vorsprung. Wie viel Glas hast du schon? Eins. Oh. Ist das so lange gedauert? Er hat gerade mal auch versucht. Er hat versucht, noch einen Ofen daneben zu machen, aber es geht nicht. Ja, aber geht nicht. Schade. War ja voll cheat. Wir haben immer noch zwei Punkte. Die anderen müssen auch warten. Die Sachen in den Ofen dauert halt lange. Ein Glas. Geht mir nicht. Ja. In zwei Stunden schließt der Laden hier. Boah, wie gut wir aufgeholt haben. Wir haben die ganze Zeit immer so, erster, zweiter, dann waren wir dritter. Dann waren wir auf einmal wieder zweiter. Dann waren wir wieder erster. Ja, boah. Hat er noch Glas. Was ist denn? Eine Spitzhacke? Ich brauche nur Sticks. Hier. Zack. Nein, ich habe kein Eisen. Wirf mir schnell Eisen rein. Ich habe nur ein Eisen. Reicht ja schon. Nein, ich brauche zwei. Der hat alles daraus, ne? Zack. Der andere hinter dem will nur 13 Sekunden, ne? Eine Perle. Eine Ender-Urge, meine ich. Blumenrute. Und Enderperlen. Nein, was? Ob sie denn? Der will keine Ender-Schess, der will eine Enderperle. Ja, ja. Ich habe vergessen. Eine Ender-Urge, meine ich. Stein. Stein. Einen Stein hast du? Ja, habe ich schon. Aber wie gut. Nochmal so ein TNT-Card. Mach das nochmal. Du hast das gerade eben schon gemacht. Du hast mir das TNT gemacht. Mach das TNT. Ich mache das Card. Rote für Eisen. Wo war das hier? Ach, ich habe das Eisen drin. Mach selber. Ich brauche da kein Eisen. Natürlich für das Card. Ich dachte, das soll das TNT bauen. Das TNT-Card ist das. Ne, eine Truhe ist das. Also brauchst du eine Truhe. Ja. Brauchen wir mehr Holz. Hier, das liegt da. Ich brauche das Eisen noch. Hier. Acht Stück sollten reichen. Ja, aber ich brauche auch nur fünf. Oh Gott, wir haben mit einem Punkt nur Vorsprung. Jetzt nicht ein Brot. Kann ich machen. Hast du das noch? Hast du noch drin vielleicht? Nein, ich habe kein Brot, aber ich habe eins schon gemacht. Oh, ein Pisten. Oh Gott. Wie geht der nochmal? Du hast auch Holz und Stöck. Äh, hier. Steine. Schnell, Steine rein. Pack Steine rein. Ich habe Steine. Okay, wir haben gewonnen. GG. Oh mein Gott, das war, das war, ist ein ganz cooler Spielmodus. Den werde ich jetzt nicht jedes Mal spielen, aber... Ja, der ist schon sehr hektisch. Das ist ja auch. Ich habe übrigens 18 Mal Rakti. Wie viel hast du? 10. Na, guck mal, 18 Punkte. Ja, 28. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würden uns über eine positive Bewertung freuen und... Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.